Hallo zusammen! Heute geht es um Bleistifte. Wieso es unterschiedliche Bleistifte gibt und wozu ihr diese jeweils nutzen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Als Bleistift wird ein Schreibgerät bezeichnet, das eine Mine besitzt, die in einen sogenannten Schaft eingebettet ist. Als Schaft bezeichnet man den Griffteil eines Werkzeugs. Bei einem Bleistift ist dieser meist aus Holz, kann aber auch aus Kunststoff oder aus Metall gefertigt sein. Die aus Kunststoff hergestellten nennt man Druckbleistifte. Die mit Metallmantel Fallminenstifte. Die darin gefasste Mine ist das, womit ihr zeichnet. Und das ist nicht etwa Blei, sondern hauptsächlich Grafit. Der missverständliche Name kommt daher, dass man den Grafit früher fälschlicherweise für Bleierz hielt. Nachdem man entdeckt hatte, dass das nicht stimmt, erhielt das Material den Namen Grafit, abgeleitet vom griechischen Graphin, das unter anderem Schreiben oder Zeichnen bedeutet. Den Namen erhielt es deshalb, weil das Grafit auf rauen Oberflächen durch Abreibung der einzelnen Blättchen eine graue Ablagerung hinterlässt. Wenn man es direkt in die Hand nimmt, bekommt man schmutzige Finger. Deshalb hat man dem Grafit eine Hülle gegeben, einen Schaft. Dazu sägte man aus größeren Brocken kleine Stäbe, die anfangs mit Schnüren umwickelt oder zwischen zwei Holzbrettchen gelegt und mit Leim fixiert wurden. Das geschah um das Jahr 1550 in England. Die ersten wirklichen Markenbleistifte, so wie wir sie heute kennen, kamen fast 300 Jahre später auf den Markt. Durch ein Unternehmen, dessen Namen ihr eventuell schon kennt. Zu dieser Zeit gab es in Großbritannien kaum noch Grafit. Der Unternehmer Lothar von Faber suchte auf Reisen durch die ganze Welt neue Grafitquellen, fand in Sibirien den damals besten Grafit und sicherte ihn für seine Bleistiftfabrik. Lothar von Faber sicherte sich 1856 die alleinigen Abbaurechte einer Grafitgrube in Sibirien. Ja, so läuft das. Während des 18. Jahrhunderts wird die Produktion weiterentwickelt. Wichtig für uns ist vor allem das sogenannte Tongrafit-Verfahren. Bei diesem wird Grafitpulver mit Tonpulver vermischt, anschließend zu Minen geformt und gebrannt. Der Grafit liefert die Schwärze fürs Zeichnen, ist also das Farbmittel. Der Ton dient als Bindemittel, das die Mine festmacht. Grafit und Ton kann man zu unterschiedlichen Verhältnissen miteinander mischen. Ist viel Grafit in der Mine, so ist der Stift weicher. Ist mehr vom Ton in der Mine, so ist diese härter. Auf diese Weise werden Bleistifte mit unterschiedlichen Härtegraden hergestellt. Diese kommen dann meistens in einen Holzmantel, bestehend aus zwei Brettchen, die miteinander verleimt und gepresst werden. Die Bleistifte werden noch mit Lack überzogen, angespitzt und bestempelt. Beim Stempeln kommt eine wichtige Sache mit auf den Stift. Die Angabe des Härtegrades. Diese wird, wie schon gesagt, bestimmt durch das Mischungsverhältnis von Grafit und Ton. Je mehr Grafit, desto weicher die Mine. Der Grafitanteil in Bleistiften liegt ungefähr zwischen 20 und 90 Prozent. Die Härte der Mine wird außerdem von der Brenndauer und der Brennhitze beeinflusst. Aber wozu die unterschiedlichen Härtegrade? Große Sets haben mittlerweile eine Bandbreite von 24 verschiedenen Härten. Da hilft nur eins. Ausprobieren. Ich habe mit allen Stiften der Reihe nach ein kleines Feld schraffiert. Dabei habe ich darauf geachtet, dass ich immer möglichst mit dem gleichen Andruck zeichne. Und tatsächlich merkt man dabei, wie sich Stift für Stift nicht nur der Grafitauftrag verändert, sondern auch, dass sich das Zeichnen unterschiedlich anfühlt. Allgemein gibt es eine grundlegende Unterscheidung. Stifte, die mit einem B gekennzeichnet sind, haben einen satten Farbmittelauftrag und fühlen sich eher weich an. Stifte, die mit einem H gekennzeichnet sind, haben einen recht schwachen Farbmittelauftrag und fühlen sich beim Zeichnen eher hart an. Was genau ich mit Farbmittelauftrag meine, zeige ich euch jetzt mal im Detail. Dabei hilft mir dieser kleine Kumpel hier ein digitales Handmikroskop. Was wir hier sehen, ist der Abrieb des Bleistifts auf der Papieroberfläche. Ihr könnt gut sehen, wie die Grafitpigmente an der unebenen Oberfläche des Papiers haften. Vergleichen wir nun den Grafitauftrag des 5-H-Stiftes mit dem 10-H-Stift. So sehen wir, dass hier schon etwas mehr Grafitpigment auf der Oberfläche haftet. Und betrachten wir nun das mit einem H-B-Stift bezeichnete Feld, so wird das Ganze noch deutlicher. Hier erkennen wir übrigens, dass das Grafit ein weiches, dunkles und glänzendes Pigment ist. Gehen wir noch ein Feld weiter zum 5-B-Stift. Hier haben wir einen so hohen Grafitanteil, dass sich sogar größere Pigmentplättchen auf der Oberfläche finden lassen. Das wird noch deutlicher, wenn wir den Abrieb des 10-B-Stiftes unter die Lupe nehmen. Hier haben wir einen richtig satten Auftrag des Farbmittels, also der Grafitpigmente. Unsere genauere Betrachtung zeigt uns also Folgendes. Der Farbmittelauftrag der Stifte, die mit einem H gekennzeichnet sind, ist eher zart und fein und erscheint hell. Mit einem B gekennzeichnete Stifte haben einen satten, kräftigen Farbmittelauftrag, der dunkel erscheint. In der Mitte finden wir einen mit H-B gekennzeichneten Stift. Ich hatte euch außerdem gesagt, dass die H-Stifte sich beim Zeichnen eher hart und kratzig anfühlen, die B-Stifte hingegen eher weich und fließend über das Papier gleiten. Um das noch genauer zu erklären, schauen wir uns nochmal die von den Stiften erzeugten Striche, also die Linien, genauer an. Hier sehen wir die Vergrößerung einer mit einem 10-H-Stift gezogenen Schraffur. Die Linien sind klar, schmal und hell. Das liegt übrigens daran, dass in diesem Stift der Tonanteil viel höher ist als der Grafitanteil. Der gebrannte Ton ist nämlich eher hart und spröde. Im Vergleich ist in einem 5-H-Stift schon etwas weniger Ton und dafür mehr Grafit. Dadurch wird sowohl der Farbmittelauftrag etwas stärker als auch die Strichführung etwas weicher. Beim H-B-Stift wird dies noch deutlicher. Mehr Grafitanteil bedeutet die Mine ist weicher, es ist mehr Grafit da, das sich abreiben lässt, der Strich wird kräftiger und breiter. Bei den B-Stiften gilt, je höher die Zahl vor der B-Kennzeichnung, desto mehr Grafit ist enthalten und desto weicher ist der Stift. Das bedeutet immer mehr Grafitabrieb, einen zunehmend starken Grafitauftrag und deshalb breite und kräftige, zunehmend auch unscharfe Linien. Dafür fühlt sich das Zeichnen mit B-Stiften wahnsinnig weich und fließend an. Ihr könnt hier übrigens, wie vorhin auch, größere Grafitklümpchen erkennen. Die sind wiederum der Grund dafür, wieso B-Stifte eigentlich so leicht verschmieren. Das kann euch mit einem H-Stift nicht passieren. Falls das hier gerade jemand nicht wiedererkennt, meine Finger. Oft. Wir bringen unsere Ergebnisse mal zusammen. Es gibt eine gewisse Bandbreite unterschiedlicher Bleistifte, gekennzeichnet mit einem Code aus den Buchstaben B, H und einer Zahl, die quasi als Stärkeangabe funktioniert. Und aus irgendeinem Grund gibt es auch noch einen Bleistift mit den Buchstaben F. Das H steht für Hardness, also die Härte. Es gibt an, wie hart und hell ein Bleistift ist. Je höher die Zahl vor dem H ist, desto höher ist der Tonanteil im Stift, was ihn härter macht, heller wirken lässt und dafür sorgt, dass er weniger gut zu verwischen ist. Das B ist die Kennzeichnung für Blackness, also für Schwärze. Sie gibt an, wie schwarz, also wie dunkel und damit, wie weich ein Bleistift ist. Weich sind die Stifte deshalb, weil in ihnen viel Grafit und wenig Ton enthalten ist. Das sorgt wiederum für einen kräftigen und satten, dunkel erscheinenden Farbmittelauftrag. Die Mitte dieser Skala bildet der H-B-Stift. Das steht schlussendlich für Hard Black. H-B-Stifte sind am weitesten verbreitet, weil sie allgemein als eine gute Mitte gelten. Als Stifte, mit denen man sowohl gut und fließend, aber auch noch recht exakt zeichnen und skizzieren und auch schreiben kann. B-Stifte gehen sehr weich über das Papier, weshalb man sie meist zum Skizzieren und für schnelle Entwürfe nutzt, aber eben auch, um einer Zeichnung Tiefe durch starkes Abdunkeln zu verleihen. H-Stifte erzeugen klare, scharfe Linien und eignen sich daher für detaillierte, zum Beispiel technische Zeichnungen, für klare und saubere Schraffuren und für sehr helles Zeichnen. Ah, F steht übrigens für Finepoint, also firm bzw. fest und ganz ehrlich, keiner weiß wozu. Im Übrigen braucht ihr auch echt kein großes Bleistift-Set. Ja, der kapitalistische Markt erklärt euch, dass ihr unbedingt so viele Produkte wie möglich braucht, weil ihr sonst gar nichts könnt. Nein, testet am besten mal einige Bleistifte selbst. Falls ihr nicht die Möglichkeit habt, das in der Schule zu tun, dann geht das auch in schreibbaren Läden. Meine Empfehlung für euch ist, dass ihr euch drei bis fünf Stifte zulegt, irgendwo ungefähr zwischen 5b und 5h. Wo genau, das müsst ihr für euch selbst rausfinden. Testet, mit welchen Stiften sich das Zeichnen für euch gut anfühlt und welcher Stift zu eurer Zeichentechnik am besten passt. Und falls ihr gerne sehr präzise zeichnet, dann probiert auch mal einen Druckminenstift aus. Die Feinminen gibt es in unterschiedlichen Strichstärken und auch in verschiedenen Härten zu kaufen. Allerdings oft nur von 4b bis 4h. Und falls ihr gerne mit richtig tiefer, knackiger Schwärze arbeitet, dann testet mal einen dicken Falminenstift an. Die sind von sich aus schon sehr schwer und bringen dadurch mehr Druck aufs Papier. Aber ernsthaft, drei mittlere Stifte, meinetwegen 5b, 2b und 2h, das reicht schon völlig. Und mittlere Stifte lassen sich übrigens auch am besten wegradieren. Jetzt hab ich euch, ne? Ich hoffe, es wurde klar, dass eine solche Sammlung nicht nötig ist. Es sei denn, ihr heißt Frau Schimpf und sagt dauernd die Bleistifte eurer Schüler ein. Testet auf jeden Fall mal unterschiedliche Härtegrade an und probiert damit verschiedene zeichnerische Techniken aus. Eine kleine Anregung dazu findet ihr in meiner Videoreihe zu den Grundlagen des Zeichnens. Gefällt euch? Dann her mit eurem Däumchen, eurem Abo, eurem aktiven Glöckchen und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt. Bis bald!